Willkommen zurück hier zu The Walking Dead und wir müssen immer noch diesen Schrank aufkriegen für die Medikamente und wir wissen gerade nicht wie es weitergeht. Es ist ja so ein enger Raum, hier kann ja eigentlich nicht so viel sein, was... Danke, dass du mitkommst, man. Ja, ich wollte nur sagen, dass du mit uns gekommen bist, und für all deine Hilfe. Ich mag es wirklich nicht. Keine Ahnung, es sind Zeiten wie diese, wir müssen uns am meisten helfen, nicht wahr? Und wir sind nicht besser als die Crawfords, sonnige B****. Ich habe das gehört. Molly hat mir geholfen, die Batterie wir brauchen. Das ist großartig, eine unten. Wo ist sie? Sie hat sich geholfen. Sie hat sich geholfen, sie hat sich geholfen. Sie hat sich geholfen, mit der Batterie? Ja. Keine Ahnung. Sie wird wieder. Ich hoffe so. Die Frau hat mich wirklich nicht als ein Team-Spieler, mehr als ein Mercenari. Und Omid? Wie viel Zeit du denkst, Omid hat, Doc? Willst du meine Medikamente? Die schneller wir ihm einen Antibiotik zu bekommen, um ihn zu kämpfen, das besser zu kämpfen. Wir lassen es einfach so. Ja, wir schauen, ob ich etwas finden kann, was uns zu helfen. Das ist gut. Eine gute Idee. Tja, aber wie? Mit der Axt von der Tür, ha? Nein. Oder? Tja. Hey, Christa. Ja? Wie kommst du voran? Alles in Ordnung mit dir? Bist du schwanger? Bist du schwanger? Hm. 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 Das bringt uns nur kein Stückchen weiter. Das bringt uns kein Stückchen weiter hier. Ich finde nichts. Wo? Wie kriege ich das auf? Krankenakte nehme ich jetzt mal auf. Siehste, war doch die Akte. Und das... Anna Correa. Ich glaube, sie muss hier ein Patient gewesen sein. Und was ist das? Ein Tape. Joa. Das ist offensichtlich, wofür ich das Tape benutzen könnte, ne? Aber was hat... Wie hilft uns die... Patientenfrau da? Anna Correa. Ach, das ist Molly. Ist das der Zombie? Ist das der Glatz-Zombie? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie ihr wisst, die Regeln sind sehr klar. Die Termination ist mandatorisch. Du musst ihnen nicht erzählen. Dich erzählen, es war nur Nase. Du hast mir etwas gegeben, und es ging weg. Das ist mein Problem, nicht deinem. Wenn Oberson herausfindet, dass ich die Begründung von einer Begründung habe, ich bin sorry, aber diese sind die Regeln. Ich werde dir ein Sedative geben. Es wird die Prozedur einfacher für dich. Ich will nicht die Prozedur. Ich will mein Baby. Ich kann nicht das tun. Ich kann nicht das tun. Anna, du hast keine Wahl. Wenn du möchtest, kannst du ein bisschen Zeit mit dir nehmen. Aber ich brauche, dass du nicht nachher zurückkommen bist. Oder ich habe keine Wahl, aber zu informieren Oberson selbst. Ich bin sorry. Dammit. Wir haben es fast gemacht. Was ist das? Wie Molly gesagt hat, das Schlimmste. Lee, vielleicht gibt es noch eine Tape. Wir müssen immer schauen. Ich glaube, ich erheb, den Doktor. Er war einer von den Walken in der Alley. Ja, ich bin nicht. Da nochmal raus? Das ist dasselbe, ne? Ja, okay. Da nochmal raus, Leute. Oha. Dann gehen wir doch mal da lang. So, wo ging es raus? Ja. Und hier lang, ne? Da muss es ja die Treppe runter. Da raus. Und dann die Leiche untersuchen. Aber da waren relativ viele Walker. Die sind aber wahrscheinlich alle jetzt in der Werkstatt. Okay, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Da rüber, genau. Ich musste hier hoch. Auf das Regal klettern und dann da raus. Okay, da hoch. Oh, shit. Wow. Scheiße. Hab ich mich jetzt erschrocken. Verdammt. So. Na, er ist natürlich wieder... Ah, ne, da lebt er. Lebt in Anführungszeichen. Ah, stiefeln wir ihn jetzt. Untersuchen. Hast du irgendwas dabei? Das muss schon ein großer Zufall sein, wenn er ein Tape dabei hat und da drin auch noch die Kombination abgebildet wird. Das könnte nur was wir brauchen. Und was ist das? Sieht aus wie ein bisschen Kode. Könnte das vielleicht die Kombination von dem Schließfach sein? Hier vorne? Da war doch auch eine Kombination. Glaube ich. Das hier, ne? Logan. Das muss sein Locker sein. Warum sollte Logan seine Kombination aufscheinen? War da so ein schlechtes Gedächtnis? Na gut, dann machen wir das. Was ist das? Das war's. Ich habe gesagt, ich habe keine Wahl. Well, technically, du. Du kannst daselbe. Du kannst daselbe. Oder du kannst daselbe. Du kannst daselbe. Das wäre eine Todesfälle für dich und dein Kind. Vielleicht ist das besser. Ich habe mich all die Nachts nicht gedacht, über das. Warum sind wir sogar noch zu überwinden? Was? Sie hat das ausgelöst hier. Wegen ihr ist der ganze Laden vor die Hunde gegangen. Er war der erste Tote. Ich glaube, wir wissen, was zu Crawford passiert. Mehr wichtig ist, wir haben die Kombination. Sie ist auch schwanger, auf jeden Fall. Was hast du? Was ist falsch? Es ist nichts. Das war einfach schwer zu sehen. Keine Worte über mich. Ich bin gut. Okay, wir kommen die Meds und gehen aus hier. Ich bin gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh Mann, 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 jetzt jetzt bricht die Hölle los. Oh, shit. Und zumachen. Eine Schrotflinte. Jawohl. Okay, weiter. Okay. Okay, 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 okay. Okay. Oh, scheiße. Oh, fuck. Oh, shit. Oh mein Gott, alles bricht los. Die Hölle ist aufgebrochen und die Zombies strömen hinter uns her. Und wir haben keinen Rückzugsort. Wir müssen zurück, aber wir wissen nicht, wo es weitergeht. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen da. Ansonsten freue ich mich, freue ich mich, wenn du es nächstes Mal wieder da bist. Ach, scheiße, die kommen. Ich muss aufhören. Los, bis dann. YouTube ist für mich ein Hobby und das Einzige, was ich für den Erfolg des Kanals tun kann, ist, so gute Videos für euch zu produzieren, wie ich kann. Aber du hast die Möglichkeit, mir wirklich zu helfen. YouTube funktioniert nur durch Weiterempfehlungen. Von alleine findet niemand diesen Kanal. Oben links kannst du das Video auf Facebook teilen. Unten gelangst du zu meiner Facebook-Seite. Dort findest du Abstimmung und Diskussionen. Vielen lieben Dank.